Und man kommt immer wieder auf das Bewährte zurück. Wir haben zwar 2017, wie wir damals unser Fahrzeug übernommen haben, sehr gehadert mit der Firma Hümer, weil wir gedacht haben, dass die unsere Probleme nicht in den Griff kriegen. Heute wissen wir, nachdem wir viele Probleme von anderen Fahrzeugherstellern kennen, wissen wir, dass wir eigentlich so gut wie gar keinen Mangel gehabt haben. Und jetzt, das müssen wir mal ganz klar sagen, nachdem unser Fahrzeug mit der Garantie vorbei war, nach zwei Jahren, kam nichts mehr gravierendes, wo man sagen kann, da hätten wir einen Mangel. Und da gibt es andere Hersteller, namhafte Hersteller, wo viele Leute uns noch schreiben, dass sie nach drei, vier, fünf Jahren Riesenprobleme haben. Das können wir von Hümer nicht sagen und deswegen ist uns auch Hümer eine Fahrzeugbesichtigung wert. Auf jeden Fall. Auch wenn sich die Zeiten geändert haben, Hümer ist immer noch ein Qualitätsbegriff im Wohnmobilbau und wir selbst sind eigentlich überzeugte Hümer-Fahrer und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Also da haben wir jetzt hier den Hümer B-Klasse Masterline mit 7,89 Meter, Fahrzeug hat einen Preis von 209.000, das einzige, was für uns nicht in Frage käme, das ist das Queensbett. Das wollen wir nicht, wir sind keine Queensbett-Freunde, aber wir schauen uns den einmal unabhängig vom Bett an. Gehen wir gleich zur Achilles-Fahrse. Das ist die Hümer-Achilles-Fahrse aus unserer Sicht, weil die Tür nämlich nicht ganz aufgeht. Das will Hümer nicht. Unerklärlich, warum das Hümer nicht will, aber mittlerweile macht es mir nichts mehr aus, weil wir früher unsere Fahrräder immer reinheben mussten, seitlich. Die mussten wir immer seitlich reinheben, weil hier das ausgefahren war. Aber jetzt verschieben wir sie hier rein, die Fahrräder sind so weit, macht uns das wenig aus. Aber wenn man sieht, wie hier der Platz beschnitten ist, dann muss ich sagen, das ist, es gibt keinen vernünftigen Grund, so eine Heckgarage zu bauen. Dass man hier den Platz so beschreitet, dass man praktisch nirgends richtig hinkommt. Abgesehen von dem Manko muss man mal eins ganz klar sagen, Hümer kann auch ein Heck bauen. Ja, das ist doch einmal frei. Da ist kein dicker Wulst an der Seite und das ist in meinen Augen ein Qualitätsmerkmal. Da ist die Rückfahrkamera und wie es innen ausschaut, das zeigen wir euch jetzt. Ich schaue gerade einmal, wo ich meine Trinkflaschen aufbewahren könnte. Also Hümer hat immer noch diese alten Trinkflaschenbehälter, aber wir waren ja heute schon in einem anderen Fahrzeug, da habe ich das nicht gesehen. Beim Eura war das. Also, da müssen wir uns mal weiter beschäftigen. Bei Hümer sind jetzt die aktuellen Modelle noch mit diesen vielen Trinkwasserfächern ausgestattet. Aber wir haben ja mittlerweile gehört von vielen, die so ein Fahrzeug fahren, dass sie sagen, das ist eigentlich für sie kein Manko. Okay. Ja, das Mercedes-Cockpit, das ist natürlich schon edel mit dem Multifunktionslenkrad und dann hier den Wellhebel für die Schaltung, so a la Tesla, von Tesla abgeschaut würde ich mal sagen. Und dann kommt halt wieder, Ussi, schau mal, wie weit du da nach vorne kommst an der Scheibe. Das muss ich doch nicht jedes Mal demonstrieren, dass ich da nicht nach vorne komme. Wir haben immer wieder neue Zuschauer und dann demonstriert die Ussi, dass sie nicht vorne kommen, dass ich die Scheiben putzen müsste. Geht nicht. Nein, und wie uns auch schon mehrere mitgeteilt haben, die klettern dann hier aufs Armaturebrett und da habe ich keinen Bock dazu. Was aber bei Hümer sehr schön ist, das ist hier ein elektrischer Rollo, da der fährt runter, das ist doch super, oder? Und dann gibt es den, ah, der fährt automatisch weiter, schon mal her, unser dann nicht, unser dann muss man den gedrückt halten. Und jetzt schauen wir, Ussi, dann gibt es den Sichtschutz noch vorne bei Hümer, in jedem Fahrzeug mit eingebaut. Jawohl. Mit einem Finger lässt sich der hochhalten. Also es gibt Hersteller, die können es und das kann die Firma Hümer, das muss man ihnen erlassen. Ja, aber ich weiß nicht, ob es in allen Fahrzeuge diese Sichtschutz eingebaut gibt. Wir haben jetzt auch schon gehört, dass manche da anscheinend Probleme haben. Also ich weiß es nicht. Also wir können nicht sagen, in allen. Das war eine falsche Aussage. Aber auf extra Wunsch gibt es das auf jeden Fall. Vermutlich, ja. Wir haben es auch drin, das elektrische Rollo. Ja, darum wollen wir das ja auch wieder haben. Und das ist super. Also ohne möchte ich gar kein Wohnmobil mehr haben. Und vor allen Dingen der Sichtschutz, der ist für mich ganz toll. Was natürlich auch wieder nicht geht, das ist bei allen Modellen so. Wenn die Zündung ausgeschaltet ist, geht der elektrische Fensterheber nicht. Ein echtes Manko, denn das Fenster benötigt man ja auch, wenn man mal irgendwo auf dem Campingplatz oder sonst wo steht. Man will ja nicht immer die Zündung anschalten. Aber ist bei allen Herstellern so. So sieht alles gefällig aus. Ich drehe mich mal, wenn ich hochkomme. Und da haben wir die klassische Sitzformation. Halt bewährt. Der beste Fernseher ist hier drin. Ja, das ist nicht zu toll. Also für uns ist das jetzt nicht material. Wir wollen das nicht so. Aber ja. Und natürlich auch ein Markenzeichen von Hümer. Der Tisch ist sehr einfach für den hohen Preis des Wohnmobils. Lässt sich nicht vergrößern. Ganz simple Machart. Nachteil. Über unseren Tisch haben wir uns auch schon öfters ausgelassen. Wir haben den etwas vergrößert, aber sind auch nicht ganz glücklich in unserem Fahrzeug damit. Dann fällt wieder das Eck hinten. Das ist auch so ein Hümermarkenzeichen. Das ist ein Design. Ja. Das ist einfach ein Design. Manchen gefällt es. Ich kann mich daran nicht gewöhnen. Mich stört es jetzt zum Beispiel nicht. Und die Tür lässt sich wieder nicht ganz durchgängig aufmachen. Nein. Nein, die ist da wieder verfasst. Ja, da ist jetzt auch der Platz. Ja, unsere. Ich hatte es gar nicht vorhanden, um die ganz aufzumachen. Also, es wird nicht alles besser. Das ist praktisch für die Abgrenzung zum Schlafbereich. Und dass man hier die Dusche zum Bettchen hat. Ja, aber das sieht man ja bei den Queensbettern sehr gerne. Ja, das hat mit Queensbett zu tun. Deshalb wollen wir auch kein Queensbett. Ja, und dann ist die Schränke seitlich okay. Die sind natürlich praktisch. Die sind jetzt aber sehr schmal. Ja, aber sehr schmal. Und sehr lang. Ja, aber die werden einen Auszug haben, denke ich. Oh, dann können wir feststellen, oder? Nein. Nein, leider Stange ist drin. Ah, na ja. Okay. Also, Queensbett ist nicht, weil wir uns nicht mögen, Ossi, sondern weil wir zum Fenster rausschauen wollen. Ja, das ist auch cool. Wir wollen sehen, was los ist draußen, wenn wir irgendwo stehen und dann hören wir mit Ohren Geräusch. Aha. Und wenn wir uns den ganzen Tag anschauen, müssen wir uns nachts Sitauna anschauen. In der Regel machen wir sonst so die Augen zu beim Schlafen. Ja, und Dachfenster hat es auch drinnen. Ja, das finde ich natürlich super. Und auch in der Toilette. Toilette hat es auch ein Dachfenster. Das langt auch. Seitenfenster braucht man nicht. Und so ist alles ganz normal. Ablagefläche. Und da gibt es auch einen Seitenspiegel. Jawohl. Spiegel ist auch da. Aber ich sage jetzt einmal, unser Auto hat 7,49 Meter. Und würdest du uns für dieses tauschen? Nein. Niemals. Niemals. Wer unsere Fahrzeugvorstellung gesehen hat von unserem Fahrzeug, und da haben wir ja nochmal ein Video gedreht, wo wir nach fünf Jahren, und da haben wir nochmal die Vorteile von unserem Fahrzeug vorgestellt, sowas gibt es gar nicht mehr. Und das finden wir einzigartig. Deswegen tun wir uns auch schwer, ein neues Wohnmobil zu finden, was vielleicht sogar wenn größer sein könnte und den gleichen Luxus hat. Muss nicht größer sein. So an sich, die Küche ist schon ganz nett und beschränkt, ist klar. Wohnmobil ist immer etwas beschränkt, es sei denn, man geht auf 10 Meter oder 9 Meter. Hier haben wir einen kleinen Apothekerschrank. Der Apothekerschrank, der ist nicht so klein, würde ich jetzt mal sagen. Und hier unten ist ja vermutlich auch nochmal einer. Was wir sehr praktisch finden, das ist der Schubladen da unten. Da haben wir Lebensmittelvorräte drinnen, kann man sehr gut nutzen. Was hier fehlt, ist ein kleiner Schrank. Ja, der ist halt bei uns. Ja, der ist bei uns eingebaut und den finden wir extrem praktisch. Ja, also hier ist ein Kühlschrank, normale Kühlschrank, ja, wie halbüro ist. Teilseitig zu öffnen, wie das ist, Gefrierfahrt. Und da oben ist ein Backofen mit nur Unterhitze. Unterhitze. Und ganz schlecht finden wir hier den Fernseher, weil man muss immerhin im Pilotsitzen sein, um Fernsehschauen zu können. Bei uns, wir können das an jeder Stelle im vorderen Besitzbereich. Genau. Drei Flammenherd, aber ziemlich groß auch, aber okay. Bei uns ist dann die Platte noch geteilt. Ja, damit wir nicht alle aufmachen. Aber die Küche ist ja jetzt ganz anders als bei uns. Aber die Schubläden sind genauso angeordnet und das ist auch ein sehr gutes System. Ja, ja. Da dieses Schließsystem, das ist sehr gut. Ja, kommt uns sehr entgegen, weil das rastet ein. Die rasten ein. An nichts mehr denken. Ja, Mülleimer, der ist. So einen haben wir ja auch, finde ich praktisch. Und dann, was ich auch sagen muss, ist, wenn ich hier an die Oberschränke gehe, die macht man einfach auf. Weißt du, kannst du mal das Fahrzeug zerlegen? Schau mal, hier mittig ist ein Chris. Ganz einfach auf. Und da braucht man kein Knöpfchen drücken? Nein. Nein, nein. Ach, so ist das. Da ist unten der Griff. Ja, genau. Und dann macht man zu und dann ist zu. Ich zäh. Ja, da braucht man keinen Knopf reindrücken, wie es bei anderen auch hochwertigen Herstellern der Fall ist. Ja. Ja. Ja, also. Ja, so ist das, die Hümerfahrzeuge kommen ja schon entgegen. Wenn man oft hört, was andere für Probleme haben. Also, wir haben ja Videos gesehen von Möbeln, die sich verziehen oder wo sie die Türen dann nicht mehr öffnen lassen. Wir fahren jetzt unser Fahrzeug sehr intensiv. Um sieben Jahre. Ja, und da ist nichts, nichts. Noch kein einziges Scharnier ist irgendwie locker worden oder ausgebrochen oder sonstiges, was man von manchen hört. Also, wir können null sagen. Ja, und wir nutzen das Fahrzeug ja sehr intensiv seit sieben Jahren. Was ein bisschen eine Schwachstelle ist bei Hümer, aber das ist bei vielen, das ist diese Dings da, diese Wasserhahn. Das Sieb ist jetzt heute schon ein bisschen besser wahrscheinlich gebaut. Ja, da haben sie letztendlich ein neues gemacht. Ah, das ist ja prima. Das ist bei uns auch noch schlechter. Und den Wasserhahn haben wir schon zweimal erneuern lassen. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, wenn ein geschickter Handwerker, der baut einen handelsüblichen ein und dann ist gut. Ja, die USB-Stecker bei Hümer sind auch gut, das sieht man gleich doppelt, mit USB-C-Dose und mit USB. Also, auch Elektroausstattung, da könnten sich manche Hersteller etwas von der Firma Hümer abschauen. Und wir tun nicht nur die Firma Hümer Lobhudeln, sondern wir sprechen aus Erfahrung. Ja, genau. Obwohl wir 2017 schon ein bisschen schimpft haben mit der Firma Hümer. Ja, genau. Aber da haben wir noch nicht gewusst, was für Mängel andere Leute mit anderen Herstellern haben. Ja, so ist, wenn man halt ganz neu auf dem Hümermarkt ist. Genau. Also, wie gesagt, die Heckgarage, die ist eigentlich schon ein Unding für so ein Fahrzeug. Ja, dass das hier nur so seitlich aufgeht und dass das alles so unten so abgeschrägt ist. Aber im Prinzip ist die Garage groß. Die Garage und man bringt ja schon ordentlich was unter. Wenn sie Längsbetten hat, dann sieht sie noch ein bisschen anders aus, glaube ich. Weil das hat jetzt hier mit dem Queenspeck zum Beispiel sind da noch ein paar Sachen drinnen. Aber das will einfach Hümer nicht. Obwohl ich schon so lange schimpfe und mit denen schon gesprochen habe. Aber die wollen diese Heckgaragentüre nicht anders machen. Im Gegenteil, sie haben den Raum sogar noch eingeschränkt. Wenn ich das richtig sehe, kann man das Queenspeck sogar noch absagen, gell? Ja. Okay. Ja, das war die Vorstellung vom Hümer. Schaut es euch an. Halle 6, Caravan Salon. Ja, genau. Ja, das war's Faith. Musik Musik